Das ist ne Beschreibung. Äh, wow. Was ist passiert? Scheiße hab ich mich verstanden. Äh, was ist los? Hi Chrissy! Das denn? Q sagt, und der ist trotzdem gesprungen. Klauze! Wie bin ich hier? Hier, der Raum da. Hä? Oh oh. Joko, du bist so... Ich hab Jogai gefunden. Ich hab Adi... Was? Was? Also, ne, ich meine es seit, äh, hier vorher vor... Bevor er starb. Als ob der für sein Team arbeiten würde, hallo? Oh! Fliege auf! Fliege auf! Fliege auf! Feuerflotts ist! Feuerflotts ist böse! Tötet ihn! Ja, Feuerflotts, schieß doch! Ah! Nein, da ist jemand! Komm straighter drauf! Komm straighter drauf! Der Taube, Mann! Ja, hab ich! Und jetzt, hä? Hä? Bist du mit Anliegen? Ja, mit Anliegen! Oh wow, nein! Was war das? Das war ein sehr lustiges... Easy! Ist doch gegen das Fass geschlagen! Mein Cheeseburger! Mein Cheeseburger! GO 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 GO! Warum schießt du? Warum schießt du? Wow! Dieb! Haltet ihn! Ah! Ah! Schießt du mit den Fuß! Einen Moment bitte, bis wir weiter rennen. Okay. Ah! Ah! Das ist eine sehr schlechte Idee, zu dritt hier reinzugehen. Wir sehen nix! Wir sehen nix! Bei mir bug die Map! Ja! Was? Horde? Äh, hab ich schon erwähnt! Ich wechsle für Horde! Ja! So ernst! Hä? Warte! Später ich weggesliper, wenn ich es jetzt hoch geschafft hab! Nein! Nein! Ohne gefallen! Da liegen zwei Leichen! Nein! Okay! Ich lass das mal unter euch klären! Ah! Fuck! Äh! Adi? Gut, dass Chrissi... ich leb noch! Fuck! Wer ohne Sinn ist... Der Error ist... Der Error ist unterwegs! Nein! Besser! Weißt du was? Was denn? Was? Ach so, mit ner Brandgranate! Glaub ich ja! Ach nein! Mit ner Brandgranate! Wie viel ist das? Chrissi! Wasser! Ähm! Ach nein! Da ist der Schlingel ja schon! Scheiße! Scheiße! Ah! Ah! Was geht so ab? Was geht so ab? Ja, da geh ich halt wieder! Ja, geh mal lieber wo! Ich glaub Soko! Guck mich nicht so an! Oben auf dem Dach steht jemand, der schießt auf mich! Jetzt hat er einen Crabblehut! Adi fli- Der wurde grad geschreddert! Hi Soko! Hi Adi! Hi Adi! Geht! Mikrofon muted! Sag mal, stimmt mit Lenny! No smoking! Äh, hier 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 ähm! Mikrofon muted! Wo ist meine Töne? Ja! Adi ist im Pufen! Der hat mir wirklich ein Schild gegeben! Lass mir die Leise hier wegziehen! Adi hat sich grad selbst getötet! Ich schwör, Alter! Hä? Ich schwör, Alter! Hä?